Testinstitut Vermietung und regionaler Innovator, das Technologiezentrum Grieskirchen. Also wir machen hier Vibrations-Lebensdauertests, Klimatests für komplette Maschinen, beziehungsweise für Komponenten, für elektronische Komponenten und was man hinter uns zum Beispiel sieht, typischerweise auch für Lautmaschinen. Bei der langen Nacht der Forschung am Freitag, den 13. April, konnten sich interessierte Besucher, egal ob jung oder alt, einmal selbst ein Bild vom breiten Angebot, beziehungsweise Tätigkeitsfeld des TITZ Grieskirchen machen. Wir sind das Technologiezentrum hier in Grieskirchen und natürlich ist es eine von unseren Aufgaben, hier mit dabei zu sein. Wir sind der regionale Koordinator für die anderen Firmen, machen das Ganze mittlerweile schon zum vierten Mal und ich glaube, haben wir einen ganz guten Erfolg. Viele Leute fahren irgendwo arbeiten, vielleicht sogar weiter weg hin, fahren an unsere Firmen vorbei und wissen gar nicht, was da passiert. Und vielleicht auch, damit man mal sieht, was bei uns möglich ist in der Region und dass man vielleicht langfristig gar nicht so weit fahren muss für einen tollen Arbeitsplatz. Der Kundenkreis des TITZ zieht sich quer über den gesamten Globus. Im Prüfzentrum haben wir Kunden von Japan bis Nordamerika, große Kunden aus Österreich, also im Motorradbereich, im Fahrzeugbereich, Sondermaschinenbereich von Traktoren, teilweise Anhänger. Aber auch im Bereich Vermietung bietet das TITZ eine einmalige Gelegenheit, besonders für Start-ups. Natürlich sind unsere Kunden auch die Mieter, jetzt sind wir hier oben bei uns, wo unsere Mieter ausstellen und derzeit haben wir 13 Mieter im Haus, lauter technologische Unternehmen und fast alle haben bei uns gegründet im Haus. Vor allem die Kleinen sind von den Technologien besonders angetan, genau sie sind auch die Arbeitskräfte von morgen. Und ich finde es einfach wichtig, dass auch die Kinder und speziell Familien sehen, was in der Region Christkirchen passiert. Beziehungsweise hoffen wir dann auch, dass die Kinder, die heute kommen, morgen die Mitarbeiter von unseren Firmen sind. Das TITZ Christkirchen – ein Raum für Innovation und Fortschritt.